es ist genau so hinter uns genau da oben das bleibt einer oben am stein ich bin der grüner ist noch nicht so weit weg sind noch nicht nur noch gehen wir auf das hintere türen drauf oder zwanzig ist das erste der kreis mit katapulten und hier hat es wieder wieso steht es ja okay dann wenn es auch ein boot drauf er und er hat mich rauf und ich bin nicht unter der base ich habe mich gerade bloß angezogen ich habe die da nicht gesehen hallo ich bin raus bin und es kapital hätte kann man nicht viel machen der oben ist der grüner du kannst doch oft den grüner schieben ich habe so viele eros gemacht als es bringt nichts was der das bleibt so im chat bei uns ist action sabi der fliegt einer weg wer ist das bin ich das bin ich der flieger der fast low macht das schild an in der base jetzt sofort schilder und die die paar hat das scheiße hat er holt katapult katapult schießen ich mach das schild an jetzt sollte schild an und nicht auf Christian habt den Giga zu hauen nein nicht in der Base, das ist vor der Base meinst du mach's auf 5,2 Alter ich hab so viel Stuff der Giga hat gar keinen Wut was die Turid war was sie ja jetzt holen es gibt 1,9 die sind oben die haben ja gar keinen Katapult wir schießen Katapult ja deswegen ja das ist unser Katapult das ist Sven ja sag doch was alter jetzt hab ich schon ein Schild an die tanken wo sind die denn? oben da oben ich schieße schon mit Kompo drauf ich geh zu meinem Tüli und boah der ist wie schnell der Leben verliert der Rex der ist gleich tot Anna ist tot 196er Rex ist tot einer au Turids hinter mir so schön ist auch 4,5,4 jetzt in der Base die haben Alter wieviel da kommen Turid-Portos da kommt Chris Play oder? alter was wieviel da kommt schießt es auf die? äh wer ist auf dem Turid-Portos 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 da kommt ein Fetter-Loll da kommt ein Fetter-Loll ja jetzt Action Jungs Action Jungs komm wir die fänden hier die Pose auf den Pronto auf den Pronto auf den Pronto schieb auf den Pronto scheiß auf den Rex ok ja aktiviert die Barriere hab ich doch schon lange nur hast du es schon eingestellt? Bade aktiviert's Bade der war 5,4 gestellt warte wer ist das ist doch ein Wilder ja du hast ein Wilder dahinter ich komm auf den Turid-Portos warte wer da auch wenn man da oben ist ne ja nicht ich ich geh ins Ding rein und am Strand ist einer wer ist das von euch? das bin ich das bin ich ok warte ich komm rüber schießt auf den Paraseer schieb komm grad mit Grappling-Hook hoch warte ich wir gehen aufs Turid-Portos Paraseer von uns ok wer ist leckend alles auf ja ja warte warte ich muss rein bitte ich bin drin Leute Paraseer ist direkt und mir dran ich komm's auf den Paraseer dann gehen unsere auch kaputt ja der Paraseer ist schon low ja so ein Punkt drauf gehen noch ein springen rechse kommen rechse kommen so schießt das auf dir rechse schießt Bronto guck mal den Bronto an weißt das wir haben genug Schluss wir müssen den Bronto töten Jungs der hat der Pulte drauf der wird angeschossen von unserem Boot aufschießt nein von unserem Turid-Portos ja warte die muschere Turid-Portos kommt kein Hitmaß der eine Rex ist dauer renne heran Paraseer da ist noch ein Paraseer leu wie viele lass mal aufs Katapult gehen und mit dem Katapult auf die Ballern oder die können ja gar nicht so weit schießen die können ja gar nicht so weit schießen die schießen auf die Base oben die können ja nicht so weit schießen die können nicht so weit schießen alter was machen wir jetzt auf die Tür schießen lass doch auf die Snider wo kommt Pompon die schießen auf die da oben ok die sind rechts von uns eh noch Turids ähm gut ich geh der ist rechts der ist fast tot ich schieß auf den wo auf den Paraseer rechts der ist low ich seh grad da kommt ein Rex der ist tot ich hab ihn der Paraseer ist tot nice 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 auf dem Pronto jetzt auf dem Pronto noch dann haben wir den ok gehen wir zum Pronto gehen wir zum Pronto der Rex ist egal ne im Vault im Vault Tim einem von den Vaults ist er drin gut du musst mich zurückziehen ich hitte den Pronto schon mit Kampombo die schießen da drüber muss ich aufpassen der ist rechts der ist rechts der Bronto blutet schon der Bronto schieß auf den der blutet schon voll der ist gleich down ich hab ihn der ist down Pronto ist down Pronto ist schon down ist unsere ist unsere ist unsere siehst du na vor 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 die Spammerraketen auf mich nicht zu runter zielen warte rennt zu unseren Turrets ich hab unsere Turrets kaputt gemacht ja aber der Pronto ist down ich hab ein Pronto von denen wo die ganzen Pedestkatapulte drauf waren das Schild ist an in der Base das Schild deckt ah ok ich muss noch zweimal groß zweimal höher machen dann ist es komplett unser Base ich kille dass der Viecher sind wirklich tot bleibt mir stehen bleibt wir stehen Rex down oder? Rex hab ich down ja die nächsten die nehmen mal wieder auf wer ist das auf dem Frosch? ein Ding habt ihr noch ein Tyrell Parasier oder? ein Frosch ist tot oh fuck ja ich hab keine Schuss mehr warte ich hab keine Schuss mehr wer ist das mit den Raketenwerfer da? ich 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 hab keine Schuss mehr Baryonix folgt in wem? ich geh zurück ich hab keine Schuss mehr ja ähm ja ich geh zurück schon ach so das war TH Pelle oder was war denn das? ja das war noch nicht mal der ansatzweise in Angriff und wir haben es schwierig guck mal aus der Iguanadone ok jetzt hab ich auf aggressiv gestellt so das Schild ist in der Base komplett fertig jetzt Jungs jo ich hab's jetzt perfekt eingestellt ja aber das war's ich glaube die haben nichts mehr das war die erste Welle das war die erste Welle wer ist hier bei mir gerade? wir müssen doch replacen oben ja ne nur 50 Stück hol der neue hol der neue ich hol neue Muni ja mein Frosch ist gleich tot ah ich glaub für die Autotour jetzt brauchen wir auch welche noch Chris warte ich setz C4 guck mal was an den Rexen ja ich geh jetzt mal looten den Pronto da haben das hier das Staff drinnen ich setz jetzt 6 C4 an den Rex äh haben wir noch Tyrard Muni ja loot jetzt von denen da liegt überall Tyrard Muni am Boden das wäre so easy gewesen ah ja lol wie viel die da drin haben Tyrard Muni ja Moment kommst du den Pronto looten weißt du wie viel Tyrard Muni da drin ist ja wo ist meine Katze Chris loot hat einer meine du brauchst nur Turrets bringen wer ist tot ne Turrets ich bring mal 3 lol C4 ah ich brauch Bären für den Pirouette komm Pum Pum Muni ja ja battleionix lol wer ist so leid ich hab ne ich hab ne violette Long Deck was ist ab äh badass äh 26 Stück ich bring die runter 열� ich bin hier da fliegen noch Raketen irgendwo hier sind noch Ihr stehst noch wo bis du eh ich crafte noch da zusätzlich hier sind noch dollars flied oh 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 ich stehst noch auf Block au nach unglaublich wo auf unsere Tower ach so da steht einer neben dir äh genau hinter unserer Base äh hinter unser base also Metallberg halt doch so und ich habe noch zwei Shadows der Ex-Mann geht ab ich brauchte Gott noch liegt er läuft der beteiligten Frosch der Ferro Mondas dabei wir haben jetzt hoch die Renden hoch was wollte ich jetzt machen wie viele Raketen die alle mit haben ich bin voll ich bin sowas von überfüllt alter mit Loot ich trage mal ins Boot einfach alter weil ich bin so überfüllt mit Loot ich renne mit 50 Raketen rum ich bring ein bisschen was ins Boot ich habe jetzt mehr Komponpoppfeile als ich früher mitgenommen habe Turret Mooney ist ein Boot ich bin hier nur noch am Spielerkind Turret Mooney und C4 ist im Boot in der Smithy ich brauch nie wieder mehr in die Safe ich brauch nie wieder mehr noch Raketen A-Rein 24 Raketen wo ist ein Senat drinnen wie ist Ferro Mondas jetzt auf die Spieler um zu wissen wie cool das aussieht Storming Game wir haben auch nichts mehr wir reißen gerade unsere Base ab wir haben da jetzt was für Schuss schon oben drin der Rex ist auf aggressiv oder neutral er hat sich selbst getötet loll ist das Schild in der Hauptbahn das sieht man nicht mal aber ihr könnt das jetzt wieder ausmachen macht das mal wieder aus jetzt weil keiner mehr da ist Storming Gaming ist weg die haben nichts mehr und T-T-T-A ist auch weg ich dir mal nichts mehr eine Loot Hilfe über Looten Bane das vor der Base soll ich das lassen Warte mal ich brauch ich Tim ich muss mir ganz kurz seine Katze ausbauen ja nimm dann nimm dir die Combo-Boer raus ich brauch sonst nix Digger ich hab genug aus ich hab 5 Longdecks 5 Wokitleutern ich hab mir 5 Wokitleutern in die Leiste reingezogen Herr unser Frosch springt hier noch rum der Volk Noa 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 kann zu mir Kombo-Schüsse geben ja wo sind denn die alle ich kann ja droppen hier blootet ja gib her ey man kann jetzt von toten Viechern sehen was für Stats sie hatten seit wann wo ist denn der Frosch Schieb der ist hier unten unter der einen Klippe wo die gesprengen wollten wo die gesprengen wollten wir müssen da liegt noch einer tot Tissi da lootet es den dann nochmal der hat dann noch Kombo-Kombo ich kann nicht mehr looten ich komm nicht Autosniper noch ein die 2 turret tower gegenüber unserer Base an der Klippe also mal mit Halberg 500 Schuss in jeder Turret ey bei Parazza Timmy lol schieb schieb bring mal die Autoturrets hoch zu der Krippe ja ja hier bin schon da ich stell die mal hier auf den Boden alle hin Alter das war jetzt geiler ich hol die Munni wieder von unten ja 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 ja